Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 29. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 860 und heute habe ich die folgenden Themen dabei. Spotify, Family Safety, Garmin und OpoWatch. Und Spotify hat einen neuen Dienst ausgerufen oder die neue Funktion ausgerollt, die in der Beta verfügbar ist, die sogenannte Gruppensession. Die funktioniert unter Premium-Nutzer, heisst diejenigen, die es nutzen, müssen alle Premium-Nutzer sein. Da kann einer eine Liste erstellen mit Podcasts, mit Musik und die dann mit bis zu fünf Freunden teilen, die wie gesagt auch Premium haben. Und dann können alle den gleichen Inhalt konsumieren. Ein jeder kann pausieren, neue Titel hinzufügen, was schieben und so weiter. Und somit kann man da einen gemütlichen Abend, Nachmittag oder was auch immer miteinander verbringen. Finde ich spannend, interessant. Wer Premium-Nutzer ist und ein paar Freunde hat, mit denen man Musik geniessen oder eben Podcast hören möchte, sicherlich keine verkehrte Geschichte. Im Mai diesen Jahres hat Microsoft und darüber aber im Pockipsi.ca-Blog schon berichtet, eine App angekündigt, die auf den Namen Family Safety hört, die eine Möglichkeit bietet, den Eltern ein bisschen mehr Kontrolle zu bringen, in das kindliche Internet nutzen und das Übergreifen, egal auf der Xbox, auf dem Android, auf Windows 10 oder auf dem iOS Device. Man kann damit zu meinen Apps sperren, man kann Filter anlegen, Bildschirmzeiten aufnehmen oder mitspeichern und das Ganze dann mit den Kindern besprechen. Besonders interessant, Ende der Woche kommt eine E-Mail, in der dann steht, detailliert, wie der Nutzen der verschiedenen Geräte war des jeweiligen Kindes und was es alles so gespielt und genutzt hat. Also wenn da plötzlich 10, 20, 50 Stunden TikTok drauf sind, dann sollte man vielleicht mit dem Kind mal sprechen. Dann hat Garmin endlich bestätigt, dass der Ausfall, und zwar der komplette Ausfall von der Webseite, Kundensupport, Anwendungen und dem Kundenkontakt mit der Unternehmenskommunikation etc. Ein Angriff, z.B. Ransomware-Angriff war, die kompletten Rechner von Garmin wurden verschlüsselt und mit einer Presser hat da ein bisschen Geld verlangt. Man munkelt um die 10 Millionen Währungseinheiten. Das ist natürlich heftig. Noch heftiger ist die eher schleppende Kommunikation seitens Garmin und natürlich ziemlich unschön, wenn man so eine Smartwatch aus dem Hause Garmin oder eine Sportuhr aus dem Hause Garmin genutzt und einfach die ganzen Tracking-Daten nicht mehr aufgeführt wurden seit Donnerstag letzten Jahr, äh letzte Woche. Okay, mittlerweile sind die Dienste langsam aber sicher wieder online. Dann komme ich zu der schon letzten Neuigkeit für heute. Oppo Schweiz hat bestätigt, dass die Oppo Watch bald in die Schweiz kommt. Für knapp 249 oder 299 Schweizer Franken, je nachdem welche Größe man nimmt, bekommt man die Smartwatch aus dem eigenen Hause, die schick ausschaut. Die auf zwei Chips basiert, Snapdragon Wear 3100 und den Apollo 3 Chip. Der erste ist für die Leistung zuständig, der zweite für die Energieeffizienz. Ansonsten ist einiges Schönes an Technik drin verbaut und ich bin schon gespannt und hoffe, dass ich mir die Uhr bald mal ein bisschen genauer anschauen kann. Das war's schon mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Heute wird's auch wieder recht warm, glaube ich. Ja, geniesse es in diesem Sinne. Bis morgen, wenn ihr mögt. Euer Pukipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.